Abbiegen müssten, etc. Wie kennen Sie ja oder nicht, so gut aus. Aber wirklich nett hier. Fällt mir. Oh. Okay, passt. Und. Da holen wir es wirklich mal alles. Passt schon. Ach, das ist ja auch wieder der Hubschi. Den haben wir eh schon öfters gesehen. Na, servus, Burle. Und dass wir die auch mal wieder sehen werden. Servus, müssen wir für die was besuchen, oder wie? Ah, meine Wasserflaschen habe ich vergessen. Scheiße! Ah, meine Wasserflaschen. Ah, meine Wasserflaschen. Ah, meine Wasserflaschen. Ah, meine Wasserflaschen. Oh, das ist doch so. Ah, meine Wasserflaschen. Ah, das ist doch so. Ah, das ist doch auch gerade. 학met혼礁, kriegelebren, auch vor всем so zusammen. Ja. Hm. Na. Na. Ja. Okay... Okay... Immerhin gleich einmal Markierung. Das klingt einmal schon auch was. Das klingt einmal auch schon auch was. Wenn das auch wirklich eine gescheite Markierung ist und nicht einfach so eine 0815 Markierung. Lehren für die Zukunft... Oh, okay, ja, 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 das sieht man's eh schon, das sieht man's eh schon. Ah, perfekt. Schauen wir gleich mal hin. Ja, 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 das ist ja wenigstens was. Bin schon gespannt auf die Machenschaften da, ich bin gespannt. Oh man, nein, ist ja gut, ich frage, ob wir gleich den Major treffen oder nicht. Ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern. Erst einmal noch die ganze Zusammenführung etc. und dann plötzlich kommt der Major und dann zerfickt er alle. Nein, ich bin gespannt. So, als erstes einmal die Nebenquest. Auf, 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 auf. Wenn wir nicht zufällig Dragon Ball sind, hier am Start. Ein bisschen noch währenddessen ein bisschen einsammeln, man kennt ihn. Guck mich, Alter. Warte. Na, ich wollte irgendwie so, irgendwie was Geileres machen. Irgendwie, dass das vielleicht sogar schneller gehen wird. Boah, das wäre wirklich geil, Alter, wenn es sogar noch so einen Turbo-Boost geben würde. Und zusätzlichen. Na, schaala. Nettes Bärtchen. Nette Pflaum. Na, schaala. Hmm. Hmm. Muss. Oh, ey. Das sammelt, das sammelt, das sammelt. Fuck! Ich kann von ihm wieder was sammeln. Hey! Hey! Rennen! Rennen, da bin ich gern dabei. Rennen, ja, ja, wieso nicht? Ähm, wie soll das da machen, mit Fahrzeug? Haben wir überhaupt eins? Ich hoffe es. Weil vorne kämen wir wenigstens eh schon gut. Und das ist jetzt wenigstens kein Problem. Also da haben sie wenigstens auch eine gute Steuerung gemacht. Da kann man wirklich nichts dagegen sagen. Oh, ich sehe es schon. Da haben wir ein paar Teilnehmer. Eine kleine Konkurrenz. Was? Zeitangriff? Okay, mitrennen. Ah, ah, okay, 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 okay. Also mal komplett was Neues. Bist du narrisch? Aussteigen, Mineralienradar, springen. Puh, okay. Okay, nice. Das kann jetzt lustig werden. Okay, geht, geht, geht. Na, what? Es wird nur ein bisschen dauern. So, gut. Zack. Ach du Scheiße. Ach du große Kacke. Auf, auf mit uns. Hihihi. So, dann da gleich rum. Ah, okay, ja. Haben wir gleich mal. Haben wir gleich drauf geschießen. Hihihi. Muss ich da irgendwie rauf? Nein, ich muss einmal nur da rum. Ah, okay, okay, okay. Geht klar, geht klar. Mal. Ah, dabei fehlen uns nur zwei Punkte. Hey, schaff mal da. Mit Leichtigkeit, hätte ich gesagt. Na, kommt drauf an, wenn der Kontrollpunkt überhaupt ist. Wenn der kommt. Aber sonst. Ja. Ja, warte, 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 warte. Da hoppen wir auch gleich rauf. Ja, nice. Jetzt auch da noch. Dann haben wir's. Hm, jetzt Rentezeit, jetzt Rentezeit. Oh, das haben wir schön gemacht. Bist narrisch. So, und da haben wir dann... Da ist er, na schau. Na, ideal. Und geschafft haben wir's. Und einmal mit uns. Und wir schauen raus. Was? Oh, ideal. Na, am Anfang war ich mir doch ein bisschen mehr unsicher. Da hab ich mir ja doch gehabt. Äh, leicht überfordert. Was ist jetzt los? Haben wir noch nicht gemacht. War dann eh easy. Oh, das ist aber nett. Aber ja. Muss mal austesten. Muss mal austesten. Muss mal austesten. Mal mit dir. Ist klar. Warum sollte euch noch wirklich die Konkurrenz geben? Aber im Endeffekt, Se, ist... ...den halbarten Planeten vielleicht. Ja, so kann man jetzt sagen, auf der Quartn. Ist jetzt nicht... Das ist jetzt grad bei den anderen Zeiten. Des Planeten. Oder einfach nur ein bisschen daneben. Aber in Wirklichkeit wird das wahrscheinlich fast so wie bei uns sein, dass es wirklich der Planeta so heftig sein wird. Ich nehme mal sowieso an, dass es eine Darstellung sein wird von ganzen Planeten. Gerne doch. Na Gott sei Dank, was ist jetzt nicht umsonst, weil das ist schon eine kleine Verarschung gewesen. Das war's für mich. Was ist das? Was ist das? doch wirklich gebraucht. Schön. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Können wir sicher gut gebrauchen. Und wieder Style. Abgeschlossen. Und? Im Laufsteg? Komm schon, Bro, komm. Ah, du gieriger Hund, du. Nein, du nicht. Ja, 63. So muss das sein. Das ist recht noch schön davor, noch ein bisschen trainiert. Ein paar Level-ups ich noch geholt. Bevor wir da gleich die Machenschaften kennenlernen.